Diese hier zum Kauf angebotene gut gepflegte Einzimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Speyer. Die Wohnung wird 1992 erbaut und über eine Gas-Zentral-Heizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 49 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 67.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020